So, da bin ich wieder und wir tun weiter, so. Hier ist die Anlage, ach hier ist noch ein Code wieder. Machen wir gleich mal, oh, voll schaust du. Ihr habt Kontrolle über den Langstreckensender? Das ist unglaublich. Ich arbeite so schnell es geht. Haltet durch. Danke. Schnell, wenn die Bevölkerung rebelliert, muss die Alpha-Abteilung von hier fliehen. P8R8. 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 Was bestätigen? Hier. Sender, Ausrichtung. Ziel, Einstellung. Okay, Daten eingeben. Jetzt liegt es an dir, Jade. Okay. Daten nicht erkannt. Geschütztes System. Blockierung. Zehn. Sie blockieren die Steuerung. Neun. Acht. Nullo problemo, gente. Ich kümmere mich darum. Sechs. Amigos. Secundo el Magnifico zeigt euch, wer der Beste ist. Zwei. Eins. System blockiert. Super Magnifico. Super Magnifico sieht eher nach Secundo el Superflasche aus. König der Idioten. König der Idioten. Timoский. Timo. 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 Amigos, Senores, Senoras y naturalmente Senoritas. Haltet Augen, Ohren und alles andere abierto. Ich will eure Zeit nicht mit langen Reden vergeuden. Ich möchte euch nur die ganze Geschichte erzählen. El Alpha-Abteilung sind Banditos, Verräter, Betrüger, Gauner, falsche Fünfziger. Seht euch die Fotos an, die wir gemacht haben. Die Alpha-Abteilung steckt mit den Doms unter einer Decke. Die Alpha-Abteilung war es, die die Hylianer entführt und zu den Doms gebracht hat. Sind die Opfer erst auf dem Mond, wird ihnen alle Energie entzogen und sie sterben. Von Anfang an wurden wir getäuscht und manipuliert. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung euch auftischt. Hört nicht mehr auf die Lügen, die die Alpha-Abteilung sind. Wört für果. spielen euch nicht mehr auf die Lügen. Angehörigen, sein Freund zugeldaubt. Die Kinder sind noch in der Domsbasis, wir müssen sie holen. Aber erstmal sollten wir besser den Sektor evakuieren. Gute Strategie, Soldat. Leider zur Spend. Macht's gut. Selbstzerstörungsprozedur eingeladen. Oh, shit. Schneller. Es zerstört sich gleich alles. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Wow. Geht doch rüber. Schnell zum Schiff. Hörst du doch? Komm in mein Haus, sagte die Spinne zur Fliege. Traktorstrahl aktiviert. Das ist nicht so gut. Sie haben uns mit dem Traktorstrahl erfasst. Oh no. Ich kann nichts machen, ich kann nur hier durchglitschen. Ach, ich glaube, das sieht eigentlich gar nicht so aus. Ich glaube, hier ist noch ein kleiner Fehler drin. So sieht das aus. Traktorstrahl aktiviert, Klasse! Oh, shit. Nein. 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 da komme ich aber nicht hin also schon wieder Wir müssen die Reparatur-SOD aktivieren, Miss J. Ja, das hast du mir jetzt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Schande. So sieht das nämlich eigentlich aus. Bisschen Kasten wie vorher. So sieht der total am Gart. So sieht der. So sieht der. So sieht der. FRAKTOR STRAHL AKTIVIERT LASSEN! Das ist nicht, wir haben ein paar. Ich will sehen, dass dann diese Dinger da rauskommen. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Lass den Traktorstrahl aktiv! Sterbe! Wir müssen das Oberpfad starten, wenn wir den Traktorstrahl abschalten wollen. Wir müssen in dieses Spinnending um den Traktorstrahl abzuschalten. Okay. Ah, was für eine Steuerung! Das ist total wöchelt. Stoppt! Die Schorfen ist immer so bescheißen. Schissen, ne? Sie strebt sich einfach irgendwie als... Ja, würde ich ja gerne. Das ist teuer. Wenn ich mal bekloppt. Hallo? Sie kommen nicht raus! Sie kommen nicht raus! Ach, nö. Jetzt haben wir das nächste Problem. Ja, also es gibt es jetzt schon wieder ein Problem mit diesem Spiel. Es gibt ja sonst keine Probleme. Ich werde mal gucken, dass ich bis hierhin komme und dann hoffentlich aussteigen kann. Also wir sehen uns dann gleich wieder. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier drinnen. Leider wieder mit einem neuen Save Game. Ich habe keine Ahnung, was bei mir nicht stimmt. Dass das nie getriggert wird. Dass sie dann aussteigen oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt drinnen. Und zum Glück hat dieser jemand oder wie sie ja auch immer hier gespeichert. Und wir können uns nicht mal hier schnell durchwischen. Ich glaube, die andere Seite ist besser. So. Gut, da geht's hoch. Wahrscheinlich zu diesem Typen da. Ah ne, der ist gefangen. Das ist jetzt geholfen oder nicht? Ins Gesicht damit. Ich bin mir irgendwie unsicher, ob das jetzt... Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Lass uns mal schnell wieder hier rausgehen. Hoffen mal, dass das was gebracht hat wird. Ich speichere jetzt mal nicht ab. Achst du, dass irgendwas kaputt geht. Schiffchen, warte. Aber wir kommen da doch gar nicht rein. Oder irre ich mich da gerade. Achtung, sie schicken die Kavalerie. Guter Gott, sie sind übel. Besteuerung ist immer noch ein bisschen geklappt. Feuer! Warte, warte mal, jetzt kann man das nicht invertieren hier. Ich glaube, da waren wir nicht dabei. Ähh... das ist alles an option ist das hier kamerasteuerung normal untertitel sichtemodus normal ich will die staubung von diesem schiff ändern ich habe auch wahnsinnig dabei normalerweise kann ich das anders so wir hatten die unterstützung der in jahre wir decken sie versuchen sie in die basis zu gelangen wir müssen die retten die noch drin sind auch für sich gut gut die speichern ist ich habe angst dass wir irgendwas kaputt geht ein dreifachschalter alle in position aber jetzt schnell mal na gut danke für alles du siehst du danke für alles was bewegt sogar also bist du endlich zu mir zurückgekehrt du hast eine meister gut gedient du alleine hast die hildianer zu mir gebracht sie sind hier blind gefallen miss jade dort kaufmacher die steuerung funktioniert nicht mehr du bist nicht was du denkst das schwein hat deine wurzeln vor dir verheimlicht jane nein hör nicht auf ihn du bist die quille meiner wacht das instrument meiner stärke dann nahmen sie dich mir weg in der hoffnung mich zu zerstören aber ich überlebte indem ich mich nur von den unwürdigsten opfern ernährte du wurdest ein mensch aber du bist nicht wie sie du gehörst mir shawney und ich werde den mensch in dir töten jane shawney da muss Tindra schweiner schweiner Durch Wenn wenig oder gund um click man sehen Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Aber trotzdem gefreckt oder was? Was? Achso. 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 Alles haben wollen. alles haben und ein wer ist weg schade ich wollte gar kein foto machen das ist schon so ein bisschen fassig wie kann man denn nach oben bitte ich hasse dieses schwelle wie soll ich die denn jetzt kriegen die haben doch alle im schild schützt Wir müssen aufgeben, Miss Jane! Wird so weit weg? Du verlierst die Kontrolle über deinen Geist, Shorni! Shorni umpacken! Oh nein! Das ist verkehrt aber um die Schreie rum! Oh nein, bitte nicht! Nicht jetzt das Vieh! Die Steuerung ist komplett einmal gedreht! Einfach Spiegel verkehrt! So praktisch! Shit! Ich würde nach vorne blicken! So schnell kann ich doch gar nicht reagieren! So schnell bin ich, Toml! Nein, nein! Denn, bitte nicht. Oh alpha! Oh, jetzt. Oh via nein! Oh nein! Oh marble hier branche ist nochmal dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik